So, hallo und hallo, ladies and gentlemen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Counter-Strike Global Offensive Overwatch, bis einer clean ist. Hier ist fast gesagt, bis einer cheatet, aber das passiert ja schon viel zu oft. Und deswegen gehen wir gleich hier auf das Overwatch drauf, das ich schon freundlicherweise runtergeladen habe, damit wir es uns dann anschauen können, mal schauen, welche Map, was der Suspect uns so dieses Mal präsentiert. Bis dahin hatten wir ja nur dreiste, unfreche Hacker und heute ist es schon gleich im Warm-Up, wo wir starten. Auf das 2, wer hätte es gedacht? Oh, der lag zwar ein Busy, aber noch will ich mal nichts sagen. Hm? Der sieht aus wie ein Aim-Lock. Ich glaube, jetzt können wir schon recht sicher sagen, dass Mr. Suspect ein Aim-Lock hat. Das Crosshair macht einfach nur blubb und dann ist es auf dem Kopf drauf und dann muss er nur noch linke Maustaste drücken. Bei mir der Deagle ist sowas besonders witzig. Na, dann schauen wir mal, ob sich das bestätigt hat, was ich sage und oh mein Gott, ist das im Moment laut. Pfui, das muss ich ja ganz leise drehen im Headset. Ich hoffe, für euch ist es nicht allzu unangenehm laut, ansonsten werde ich das nochmal im Schnitt verändern. Da ist er endlich mal gestorben. Halleluja. Nach wie vielen hat er gemacht? 15. Und er daddelte hier rein mit einem 93er-Ping. 93. Mittlerweile sogar 95. Die haben ja... Was ist das denn? Die haben ja alle so einen hohen Ping. Der einzige, der halbwegs geht, ist Delta. Und selbst der hat einen 30er-Ping. Was ist das denn für ein Server? Oder von wo connecten die Leute denn da drauf? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. So. Aber erstmal hier ist Suspect schön AFK. Um uns gar nichts präsentieren zu können. Aber ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass der höchstwahrscheinlich den Aim-Log hat. Den er uns so mit der M249 super schön präsentiert hat. Und dann gucken wir mal. Erste Runde. Tech-9 wird gekauft. Und seit dem Nerf ist er ja nicht mehr ganz so beliebt unter den Counter-Strike-Spielern. So. Und die hat er auch gedroppt bekommen. Die, ähm... Digital Disruptive Pattern. Sag mal. Aim... Im Warm-Up hat er ja noch... Nee. Hat er ja noch ziemlich gut gedrückt. So wie's Crosshair da teilweise rumgeflickt ist. Aber eben. Was war das denn? Und jetzt mit der MAC-10. Die Runde wurde geholt. Die Cetis machen alle aus der Hurricane eine Full-Eco. Und Hurricane hat sogar schon einen geholt. Aber dafür... Ach. Zwei AK-Sonar. Und Tukan lassen sich's beide gut gehen. Und da fällt Delta auch schon um. Welche fehlen noch? Zwei Cetis, die auf Langschling. Jetzt gucken wir mal. Komm Suspect. Präsentier mal was. Und eben nicht nur in den Boden rein. Ja. Der hat richtig präsentiert. Ohne AWP. Komm schon. Jetzt zeig was. Bevor sie... Jetzt sind sie doch schon vorbei an der Door. Was machst du denn da? Suspect. Komm schon. Ja. Wow. 1.40. Die Runde läuft seit 15 Sekunden. Und du meinst ernsthaft, dass sie da noch nicht durch sind? Die rennen sogar schon Mitte hoch. Jetzt gucken wir mal, ob Suspect das Video oder hört. Na, sie steppen ja. Oh. Der war gut. Hm? Ich will jetzt noch nicht voreilig sein, aber von dem, was er bisher so an anderen Skill- und Schussleistungen präsentiert hat, war der entweder sehr, sehr lucky oder halt was anderes. Und der war nicht drauf. Vielleicht liegt's auch daran, dass die Overwatch-Demo in 20 Tick läuft. Nein, nicht unbedingt 20, aber vielleicht... Er ist in auf keinen Fall 64. So. Also dann hüpft er jetzt ein bisschen short rum, versucht er zu pieken. Letzter C-T steht Mitte unten. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Albatross hat eine AK saven können. Oder zumindest aufheben. Und Tukan macht ihn direkt weg. Da hat unser Suspect ja nicht viel zu tun oder zu präsentieren gehabt. Aber komm, jetzt werd mal noch dreist. Du hast doch eben im Warm-Up mit der M249 hart gegeben. Kein Hit. Viel zu langsam. Wir lenken alle irgendwie komisch rum. So, und jetzt vielleicht Kontakt gegen Hurricane. Wenn er mit der P90 close um die Ecke steht. Suspect weiß, dass er mit der P90 ist, weil die Decoy mitten fast ihm genau vom Gesicht liegt. Aber er denkt sich nicht, dass Hurricane um die Ecke steht. Mal gucken, was Hurricane aus dieser Situation macht. Da ist er vor, den hat er gesehen. Sag mal, Suspect. Also entweder leckt der Freundchen, der Delta, richtig hart. Was hat denn der für einen Ping? Delta ist da mit einem 30er-Ping. Nö. Suspect, du bist Kacke am Lecken. Und jetzt Suspect und Tukan gegen Delta und Hurricane. Hurricane ist mittlerweile... Hat sich vorgewagt. Ist jetzt so lang raus. Und holt jetzt gleich auch unseren Suspect. Jo. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt... Dass er im Warm-Up so ein bisschen... Das versucht hat, was er da stehen hat. Und den Albatross hast du gesehen. Also was ich sagen wollte, ist, dass er vielleicht im Warm-Up so versucht hat, was alles so geht. Mit dem, was er hat. Und jetzt, wenn er dann am... Falls er irgendwann dann am Verlieren ist, dass er dann rein toggelt. Leider sehen wir nur die ersten 8 Runden. Vom möglichen 30. Das heißt, ich kann nicht sehen, ob er dann einen richtig kleinen, pimmeligen Rage-Hacker ist. Der, wenn er verliert, mir sie anmacht. Ach du Scheiße. Das war nicht... Also andersweise. Ach komm. Das war so schlecht, da kann ich nicht mal mehr sprechen. Aber was ich sagen wollte, war, dass das nicht mal ansatzweise wie ein Aimer aussah. Komm schon. Jetzt mach mal irgendwas. So. Gut. Er wechselt auf die M4. Keine schlechte Wahl. Hüpft da rum. Höchstwahrscheinlich ist bekannt, dass der letzte CT langsteht und die Bombe bewacht. Aber da, wo du hinten gerade hingeschossen hast, Suspect, ist er nicht. Also soviel kann ich dir verraten. Gucken wir mal, was wir daraus spielen. Vielleicht holt ihn ja auch Alpha, der dann mit der AWP ansteht. Aber Hurricane macht das eigentlich ganz gut. Er pusht zu weit nicht raus, da die T's rein müssen und nur noch eine halbe Minute haben. Und da fällt Alpha. Jetzt liegt dann Suspect mit 29 AP und der läuft rein. Da hat Suspect ja keine richtige schwere Aufgabe. Und dann geht's in Runde 6. Jetzt piekt man Mitte. Und zeigt was. Sag mal. Warte. War das ein Hit auf Toaster? Das war niemals ein Hit auf Toaster. Doch, war's. What the fuck? Hab ich mal X-Ray angemacht. Der war auch drauf. Aber dann rafft er das wieder nicht. Suspect. Suspect ist... Er ist ein komischer Dude. Was macht der da? Ja, jetzt droppt er. Wo seine ganzen Mates weg sind. Wow, so ein Teamspieler. Ah, unglaublich guter Junge. Freundlich wie sonst was. So, gucken wir mal, wie er das Mitte anspielt, weil er bisher fast immer nur Mitte runtergerannt ist. Die AWP-Toaster dürfte ihn gesehen haben. Mal gucken, was die Ctes mit dieser Information machen. Ja, da steht Delta auf dem Spot mit der AUG. Die könnte böse werden. Aber Suspect schießt nur auf den Rucksack und der gehört bekanntlich nicht zur Hitbox. Also, nix passiert. Da hat er gut reagiert. Kein Herder dabei und Toaster Hits rein. Also, wenn Suspect tatsächlich im Moment am Cheaten ist, ist er absolut scheiße. Und von dem, was er im Warm-Up gedrückt hat, im Vergleich zu dem, was er jetzt hat, so wie er jetzt spielt, hat er nicht an. Mal, jetzt präsentieren wir mal was. Was richtig dreist ist. So wie im 1 gegen 4-Klatsch. Komm schon. Ach, Shit, Tukan. Stirb mal. Ja, 2 hat er. Also, im 2-Klatsch ist er. Eiei. Der war nicht drauf. Und so wie er da eben rumgehampelt hat und einen halb epileptischen mit seiner Maus gehabt hat, wage ich mal zu bezweifeln, ob der Junge nicht doch vielleicht ein bisschen was hat. Ach, aber der kommt ja nie richtig dazu, irgendwas zu präsentieren. Der Alpha hat schon wieder 3 Kills geholt. Ja, da schon an 8-4. Der ist nicht hart dreist am Hacken. So, der war nicht drauf. Wer hätte es auch gedacht. Und wenn das gewesen wäre, dann weiß ich auch nicht, was ich dann gemacht hätte. So, ist bekannt, dass Albatross da links steht. Dürfte eigentlich nicht bekannt sein. Ein Hit gegen Toaster. Och, Albatross. Einen hat er noch gemacht. Ja, das war es schon. Also, äh. Ich glaube, Suspect hatte zwar im... Wie nennt sich's? Im Warm-Up. Da könnte es sein, dass der da ein bisschen sich gegönnt hat. Mit irgendwas, was seinem Crosser leicht auf irgendwelche Köpfe hat flicken lassen. Das Problem daran ist, dass er das jetzt im Match nicht gemacht hat. An sich habe ich trotzdem Beweise dafür, dass er hackt. Nämlich, im Warm-Up zu hacken ist genauso kacke wie im Match. Denn wenn man im Warm-Up hackt und dann im Match auch nur ein bisschen auf die Schnauze bekommt, dann rutscht vielleicht mal die Pfote aus, die dann aus Versehen auf die Taste drückt, die dann sagt Hack an. Aber ich würde mir gern noch mal das Warm-Up anschauen, so wie er's gemacht hat. Deswegen gucke ich jetzt noch mal. Nur das Warm-Up. Nur das Warm-Up. Und dann entscheide ich, ob ich... Und dann kann ich ja hier durchskippen. Und dann entscheide ich, was ich sagen werde. Okay, das ist noch normal. Da. Da ist das Cross ja auch im Laufen richtig drauf geblieben, was sonst normalerweise in diesem Ausmaß nur irgendwelche Proschen bekommen. Und das ist er definitiv nicht. Tap, tap. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, der hat an. Worauf ich eben geguckt habe... Und was man... So, was man dann gesehen hat, ist, dass... äh, Suspects Crosshair schön aufs Gesicht drauf fliegt. Und dann hat das eben so leicht geflackert. Ich glaube, in dem Moment hat Suspect versucht, mit der Maus rüber zu ziehen auf seinen... auf irgendeinen Gegner. Problem daran war, dass der Aimbot meinte, nö, du darfst jetzt dein Crosshair nicht auf den Gegner ziehen, denn das würde ja von dem Kopf, auf den du gerade schon drauf bist, weggehen. Und jetzt bin ich mir sicher, dass er anhat. Schreibt mir aber auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dem hier haltet. Und jetzt gucke ich das einfach nur noch im Schnelldurchgang fertig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Overwatch wieder. Ich werde dem hier jetzt äh, nur einen Aimbot reindrücken. Und ansonsten gar nicht. Weil er ansonsten nichts gemacht hat, außer vielleicht mal kurz ein bisschen reingetrollt, was man als Griefing auslegen könnte. Aber ich sag mal, nö. Somit schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns gleich im zweiten Overwatch wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Da ist das Overwatch da. Habe ich schon runtergeladen. Ich bin immer noch ein Freundesjunge. Und dann gucken wir uns mal an. Der letzte war ja schon, in dem Fall, ich sag mal, relativ knapp davor nicht zu cheaten. Und dann hoffe ich mal, dass der hier noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen knapper dran ist. Nämlich vielleicht so knapp, dass er gar nicht rein cheatet. Aber dafür sollte das erstmal funktionieren. Aha, danke. Äh, schauen wir mal. Stats von 12, 14 und 150er Ping. Sag mal, Monsieur ist am Griefen. Ich glaube, wenn man hier so, mal so ein bisschen rumriecht, dann frage ich mich, warum ich hier Griefen rieche oder warum es so stark nach Griefen stinkt. Das war doch kein Headshot. Alles klar. Suspect. Suspect lässt sich's gut gehen. Dann schauen wir mal, wie das noch so weiter geht. Die letzten drei T's sind auf B, weil's komplett offen gelassen wurde. Sehr gut. Ja, Suspect, da ist niemand. So, T down, die letzten beiden T's auf B. Tugan richts im Eck und Albatross da unten. Oh, Suspect, hohoi, hat solche guten Reads, dass er das mitbekommt oder dass er sich denkt, dass da in der Ecke einer steht. Ne, auch noch Spaß. Vielleicht war's rein gewallhackt oder rein gesp'd. Kann ich nicht sagen, denn ich weiß ja nicht, was da noch für Kommunikation im Hintergrund stattfand und ich hab auch nicht drauf geachtet, ob irgendjemand schon K oder sowas gecheckt hat. Deswegen lassen wir's einfach mal von vorne weg und die C-T's gehen zu dritt auf lang. Niemand kurz. Eine Mitte, einer B ist ja okay. Aber die T's gehen trotzdem zu dritt lang. Die Bombe ist noch an der T-Base. Woodpecker gönnt sich zwei. Suspect steht im K mit nem Knife. So, somit sind noch zwei der T-Base. Vielleicht sieht jetzt der Salmon der Salmon? Ne, hat nicht gesehen, dass er irgendjemand durchgeht. Vielleicht sieht er jetzt den Albatross. Weiß ich nicht, wo Salmon im Moment steht. Gucken wir mal. So, Suspect, ja. Präventiv Shortnaden ist gar nicht mal schlecht. Da hat jetzt Salmon einen gemacht. Er flasht sich selbst sehr gut und pusht trotzdem weiter vor. Super. Er weiß wohl wahrscheinlich, dass die da oben sind. Hat nicht getroffen. Der hat da getroffen. Der war aber wahrscheinlich nicht im Kopf. Obwohl da steht, dass er im Kopf war. So hat das für mich nicht noch Kopf aus. Ich versuche hier meistens schon noch immer daran zu denken, dass das Overwatch jetzt nicht die höchste Tickrate hat und dass fast jeder AWP-Schuss, der auch irgendwie gemacht wird, im Overwatch jemaligst vorgeschossen aussieht. Das heißt, wenn er hart fliegt oder so irgendwas, dann sieht man das im Overwatch höchstwahrscheinlich meistens nicht. Aber das soll ich jetzt nicht sagen, dass er auf keinen Fall am Hacken ist. Ich möchte mich von dir auch gerne noch eines Besseren belehren lassen. Ne, da ist keiner, denn die T's sind alle und zwar alle fünf in den Cutters. Jetzt hat sich der Eclipse gerade mit der Scout rausgemacht, hat Kontakt gegen Salmon und dann geht Salmon auch von Husky down und da sind viele. Er gönnt sich ein und das hat auch schon wieder komisch ausgesehen, so wie das Kossett da rumgeflogen ist. Aber jetzt wissen die T's zumindest, dass er da unten ist. Raussmoken, rausflashen, kann man machen. Zumindest wurde da versucht zu smoken und ich merke, wie meine Nase kribbelt, dass ich niesen muss. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal für den eventuell kommenden Nieser irgendwann während des Videos. Wenn er nicht kommt, dann kam er halt nicht. Und wenn doch, dann, sorry. So, Bumperdown in der CT Base und Albatross kann alleine gegen 4 nichts machen und Suspect kann ihn nicht mehr holen, weil Suspect da keine Chance zu bekommt. Ich möchte doch sehen, wie Suspect da eventuell reinhackt. Deswegen, an seine Teammates hört mal auf mit irgendwie zu fraggen. Jetzt geht Suspect plötzlich Mitterball eben Alang gespielt hat. Oder zumindest so. K hat er gespielt. Nein, die Tees. Sag mal. Eia. Ja, 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 ja. Monsieur gibt mit der AWP gut in den Kopf und durch die Smoke? Hehehe. Ja. Komm, Suspect. Präsentier noch was. Ich möchte noch was sehen dafür, dass ich dir irgendwas reindrücke. Ich meine, mache ich sowieso, weil du frech anhast. Aber, das ändert nichts daran, dass ich noch was sehen möchte. Ach, komm schon. Gegen Husky. Der kommt nicht noch mal. Siehst du doch. Ach, aber er hat ihr trotzdem gegeben. Oh, Klatsch. Husky hat es noch. Husky hat es eben noch geklatscht. Husky hat die Runde geklatscht. Oh. Da stehen sie zu dritt. Ja. Da hat er noch einen geholt. Mal wieder in den Kopf. Wer hätte es gedacht? Was anderes ist mit der AWP auch langweilig. Man muss hier sein Average Damage per Round muss man ja schön hochziehen. Mit den ganzen Headshots. 500 Damage pro Schuss. Ja. Suspect lässt sich gut gehen. Ich frage mich, ob der Junge schon die ganze Zeit so reingehackt hat. Oder ob er das erst vorhin angemacht hat. Ach. Mein Gott, Suspect. Das sind deine Mates, du Vollkopf-Idiot. Vier Schuss mit der AWP, viermal fast geflickt, schneller als das Overwatch sagen kann, viermal in den Kopf. Der hat sowas von an. Und Wallack hat er auch. Ne, hat er nicht. Naja, Wallack weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Aber das eben war schon, äh, ich möchte jetzt nicht sagen lächerlich, aber so ungefähr war es. Komm mit der M4. Er hat von seinem Maid in den Kopf bekommen. Okay. Monsieur Lily hat Suspect mit der AUG in den Kopf geschossen. Somit konnte Suspect nichts präsentieren. Lily, du Arsch. Ich hätte doch gern was gesehen, wie Suspect mit irgendwas Automatischem da richtig reinhackt. So schön. Komm, wir gehen in den Albatross. Der Albatross bleibt hier, weil Suspect muss doch was reindrücken können. Mann, die ganzen Tees gehen jetzt in die Cutters rein da oben. Und da wurde einer gemacht von Woodpecker. Husky ist auf 10 AP. Da sieht er ihn. Na, er sollte ihn sehen. Hat er ihn nicht gesehen. Er ist ein komplett blinder Vollidiot. Er ändert aber nichts daran, dass der hart anhatte. So, und ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum er am Anfang der Runde, also am Anfang dieses Overwatches, warum er da dann gerade ausgelaufen ist und bei Karl gegen die Wand gerannt ist. Der hat einfach dreist noch eingestellt. Der hat jetzt mal ein bisschen an Reglern gedreht, dass es mit der AWP schön in die Fratze geht. Die armen Jungs, die den AWP-Schuss in die Fratze bekommen haben, kann man nichts ändern. Der wird weg vom Fenster sein, so wie er reingecheatet hat. Aber es ändert nichts daran, dass er am Cheaten war und deswegen die Serie CSGO Overwatch bis einer clean ist, noch nicht vorbei ist. Jedoch wird sie erst in der nächsten Folge fortgesetzt, die irgendwann anders kommt. Ich weiß noch nicht genau wann, aber sie wird kommen. Bis dahin hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt mir das in Form vom Daumen nach oben und im Kommentar. Oder würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein würdet bei Counter-Strike Global Offensive Overwatch bis einer clean ist. Bis dahin, haut rein und ciao. Bis per jeden uno. Tschüss. Überraschung. Jeitor gospelanda QueBefore